ARD Text im Auftrag des ZDF Nahhhh Und eh gleich irgendwo gegen und gehen hoch Ja, weil du unfähig bist Und was Gamescheiße ist Nie, ich glaub meins war schon präzise Nur weil ich dich immer umbringe, wenn du bei mir mitfährst und keinen anderen. Immer noch warten. Guck, es hat sich nicht gelohnt. Doch, wir holen jetzt hin. Das wollte ich nicht mal. Ich hab ja aus Versehen gebracht. Aus Versehen. What? Ich muss gar nicht mehr absteigen, wir haben eh keinen Flieger. Oh Gott, da doch die haben einen. Ach, warum? Wie es rumpackt, wenn ich im Wasser bin? Fuck, ich wackel nur noch grad bei mir. Okay. Ich bin nur am Wackeln grad, hoch und runter der ganze Zeit. Oh, falsch. Fuck. Ecke Kopfschmerzen. Boah, Gott, was ekelhaft. Oh, voll gut. Ist voll gut, man. Oh, jene Gasplanade einfach. Der wird genoscoped. Oh, voll und. LOLL! Wie hab ich genoscoped? KG. Verlieren halt echt. Ziemlich hoch sogar. Oh, ne. Nicht bei mir spawnen. Mein Gott. Machs. Mach, komm, spawn rein. Bewege dich erstmal nicht. Ach, ne. Ach, ne. Ach, ne. Ach, ne. Was ist das? Was? Oh Gott nein Ähm Ich komm hier raus Ich komm hier raus Oh mein Gott ich bin in der Nein Der guckt dann nach Der guckt nach unten jetzt Einfach Richtung die Einfach die Steine irgendwie hoch springen Spielen Finde ich auch cool Bist du verreckt? Dann wird wieder geswitcht Ich geh meinen Typen hier raffen Oh mein Gott ist das dumm Also mehr Pech wie der Hallo Hallo Ich will sterben Lauf drüber Das geht nicht Hm dem jetzt hat's der Lutsch geschafft Ich bin drüber gel- Hier komm her komm her Lauf drüber das geht nicht So ich nehm dein Pferd und lauf über die Dinger drüber So komm her Ich mach's dann Post für mich Okay Okay Ich nehm alles zurück Ich Ich Bitch please Zu Im Gegensatz zu dem Spiel hier 2m gerannt Die Behindertsseipern ausgewiesen Dann kommt ein Pferd von mir Häh Ich bin grad von dem Snipe weggerannt Bin erstmal aus dem Haus Rausgesprungen aufs Dach hoch Da wusste gar nicht was abgeht Na steht in der Ecke und ich kann nicht rein Die andere Seite ist eh schon offen Ich hab ihn mit der Flair getötet Mit Der hat sich bei mir einfach um die Ecke gepottet Der war plötzlich da und du warst Ich bin nicht da fließt gelaufen Ich bin nicht da fließt gelaufen hier Der erwischt Basti Den Medic Ja Jetzt machen die öfter mal Basti Ja ne Ich 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? JOOH WAS? JOOH WAS? JOOH 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 Was war das? JOOH Der liegt doch im Bett Der liegt doch im Bett Der neif ich ey Was macht der hier? JOOH Guck dir den an der назke drauf Komm Klock wieder einen von hinten Wieder Timmy nimmt ein K... oh the fuck ich... nein nein oh mein gott der gott ich hab dem spektakel grad zugeschaut aber ich spiel mit schlechten waffen zumindest noch halbwegs okay ich spiel mit guten waffen schon grad so ein einzelkd warum spielst du schlecht ich bin links von dir, es geht's m... ja mhm... pfff es geht... fach 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 ich bin nicht... bei mir geht nichts fach ah ah wenns team einfach so richtig reinkackt what the fuck man am boden hört mich halt auch fast nole wie viele das hier sind was ist das gewesen oh da muss er masht doch mit mir auch links noch einer der hat sich ernsthaft mit dem Tor gekriegt ja ich bin fertig warum nicht dich oder so ich wollte geraft im Tor was half auf ich bin nicht wo